Hallöchen und willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen. So, letztes Mal haben wir ganz viel Stuff aus einer Höhle eingesammelt, wo auch hier Zombies spawnen. Da habe ich jede Menge Schallplatten gefunden. Die werde ich dann bei Gelegenheit mal ausprobieren, aber heute nicht mehr. Nein, heute habe ich was anderes vor. Oder besser gesagt, meine Minions haben heute was vor. So, die schicke ich nämlich wieder in die Mine. Boah, habe ich jetzt, habe ich dabei, alles klar. Die Kisten, ich brauche ja noch ganz viele Kisten, wenn ich die Minions losschicke. Wie immer nur verrottete Fleisch, wir mögen das ja so gern. Da ist noch mehr, lecker. Hallo kleine Minion. Jetzt möchte ich mal streicheln. Oh, jede Menge Steine, alles klar. Das ist noch nicht voll, wie kommt das denn? Das müsste doch schon... Ah, ein Lack, ein Lack, ein Lack. Und ich habe gerade noch vorn gedrückt. Uiuiui. Uiuiui, das war ein knappes Ding. Wieso? Die müsste schon dreimal voll sein, die Kiste. Ich glaube, ich werde die Minions noch mal drauf anweisen, dass sie es da reinpacken. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, wie dem auch sei. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Kisten hier. So. Wundert mich wirklich, dass die noch nicht voll ist. Haben wir denn da Erde drin? Da muss noch jede Menge Erde sein. Alles klar, dann können wir das Creeper-Loch mal wieder stopfen hier. Wenn ich mich noch ein bisschen heiser anhöre oder so, dann liegt es daran, dass es morgens noch ist. Unmenschliche Uhrzeit hier. Zehn Uhr, alter Schwede. So, 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 so. Ich spiele gerade noch ein bisschen Mario auf dem 3DS. Da ist mir immer die Melodie im Kopf. So sieht das schön hier aus. Wie viel Essen haben wir denn? Ja, wir haben noch ein bisschen verrautetes Fleisch. Lecker. Lecker. Ach, YOLO. Na! Das war zu YOLO. Scheibe. Hätte mich beinahe auch noch verschluckt. So, was haben wir denn hier? Eingang haben wir schon weiter gegraben. Ich wollte jetzt gern. Die graben ja alle... Die Minions graben ja alle die gleichen Längen. Wenn ich Strip mine mache. Dann nehme ich... Erstmal hier den Zombie killen. Oh yeah, verrottetes Fleisch. Das ist geil. Irgendwann muss der doch mal umfallen, wenn man hier die ganze Zeit verrottetes Fleisch frisst. Das ist ja eklig. Gut. Strip mine. Do it. Do it here. Ich hoffe, du packst das auch alles in die Kiste. Schön ordentlich. Sonst muss ich schimpfen. So, und jetzt... Damit das ganze Gebilde kein Hakenkreuz wird, werde ich jetzt zuerst nach links buddeln lassen, wenn ich hier... Ach, das ist der längere Gang. Den mache ich später. Da habe ich jetzt keine Referenz, wie weit einmal Strip mine geht. Und da hier... Einmal... Einmal... Hier and along the top. Und hier ist hier endlich. Ist das denn? Und so tun. Da ist ein Lava-Feld. Ja. Und weiter geht's. Nächster Gang. Warte mal, ich höre noch gar keinen Minion arbeiten. Wieso höre ich keinen Minion arbeiten? Ah. Hm. Ah, da höre ich was. Ja, ein bisschen schneller, Junge. Meine Güte, wofür bezahle ich euch denn nicht? Gott. So, da haben wir, da haben wir. Rechts war der längere Gang. Also gehen wir links und buddeln nach rechts. Ne. Moment, war ich hier schon? Ja, oder? Dann... Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, dann kann ich hier weitermachen. Ja. Und wenn die Minions dann fertig sind, haben wir ein riesen... Was machst du da? Riesenhöhenkomplex. Ja, Entschuldigung. Ich stand zum Weg. Mann. Jetzt. Du bist doof. Oh Mann, ich komme da nicht ran. Das ist jetzt aber doof. Oh Gott, ey. Geh mir nicht auf den Sack. So, und jetzt kann ich ihn buddeln lassen. Strip mine. Strip mine. Die strippende Biele. Rechtsklick. Genau. Mach dir ganz wert. Floss. Flott. Ganz flott, bitte. Muss ich dich erst zurückdecken? Hallöchen. Hallöchen. Oh Mann. Egal. Jetzt gehe ich mal gucken, was oben so in der Kiste los ist. Ich bin schon da. So hoch mit dir. Was mache ich denn schon wieder hier? Runderfalt. Gruß an Komag. Der kann das auch gut. So. Eieiei. Passt wieder Runderfalt. Junge, stimmt dir da näher, oder? Macht mal in die Kiste. Ja, die. Die. Wird schon wieder nacht. Ab ins Bett. Damit wir nicht immer verrottetes Fleisch fressen müssen, ernten wir morgen mal ein bisschen Weizen. Also, nicht morgen echt, sondern Minecraft morgen. Das ist immer wieder. War es gerade noch dunkel? Komisch. Platz. Bedingt. Eisenherz, Pflasterstein, Pflasterstein, Zinnerherz, Pflasterstein, Böhm, Mosterpflaster, oh, 3, 48, Böhm, Mosterpflasterstein. Was mache ich da denn mit? Hm. Na, Kistenchaos hier. Muss ich mal ohne Aufnahme ein bisschen neuerter ordnen hier. Ist ja langweilig sonst. Der ist noch nicht so weit, aber der. Was zum. Was, 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 was tust du? Leute. Macht mich nicht fertig. Genau, komm in die Sonne. Los. Du, kleiner Penner, du. Habe ich dich noch gekriegt. Schon fertig. Keine Diamanten. Schade. So. 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 Und so. So. 26 Sämchen. Hier noch was drin? Nö. Da noch was drin? Hier? Nö. Das gibt ne jute Ernte. So. Und weil ich ja faul bin, werde ich irgendwann auch nochmal ne automatische, halbautomatische Farm bauen. Oh. Was? Ach, Diamantenland. Alter, jetzt fange ich schon wieder mit Jugendsprache an. Alter, was geht denn Land? Ey. Alles klar, oder was? So. Entropie-Scherbe. Lapis-Lass-Oli. Wollen wir das blau färben? Die Frage habe ich schon mal gestellt. Blau passt eigentlich so gar nicht in mein Konzept, oder? Weizen haben wir noch. Weizen haben wir noch. Gut, ich mach mal ein paar Kühe. Ich animier mal ein paar Kühe zum Liebe machen. Vielleicht sollte man hier mal ein Mod bauen, wo man hier den kühlen Fernseher hinstellen kann mit DVD-Player. Wo dann halt Videos gezeigt werden, die die Kühe zum Liebe machen animieren, damit man nicht immer so viel Weizen verbraucht. Ja, das ist alles bedient. Kann eigentlich nicht sein. Das sind viel zu viele Junge hier, oder? Viel zu wenig, meine ich. Viel zu viele. Äh, schon, passt. Alles gut. Gut. Oh. Ah, nee. Nee, packen wir hier mit rein. Ja, wird ja eh nicht voll. So, zwei sind schon fertig, oder was? Das muss ich mir nochmal schnell angucken. Ein bisschen verrottetes Fleisch. Hält ja so lange vor. Ich hab einfach zu viel von dem Zeug. Mal gucken, ob er irgendwann Salmonellen kriegt. Geh, geh, geh. Oder selbst so ein Zombie wird. Nein, du machst ja immer noch nichts, ne? Na gut. Vielleicht hab ich dich zu sehr gezüchtigt. Ich hoffe nicht. Hast du schon die Gewerkschaft angerufen, oder was? Jetzt, jetzt kommt... Hä? Jetzt ist ein unsichtbarer Minion am Berg. Auch nicht schlecht. Einzelne Minions wegschicken. Das fehlt noch irgendwie. Weil der macht irgendwie grad nicht so viel. Ja, wenn wir dann fertig sind, haben wir hier ein riesiges Feld frei. Wo wir dann... Wo wir dann... Ja... Unsere unterirdische Basis, würde ich sagen, hinmachen. Vielleicht werde ich noch ein paar Grasblöcke setzen, ein paar Bäume pflanzen. So eine unterirdische Welt halt. Ein verzauberter Wald im Untergrund. Ne? Na ja, zu theatralisch, oder? Egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächstes Mal kann ich auch noch ein bisschen mehr zeigen und nicht so viel Höhle. Aber es sieht auch geil aus. Na ja. Nächstes Mal müssen wir uns noch unbedingt was zu essen besorgen. Ich bin es leid, hier immer das verrottete Fleisch zu essen. Ich fühle mich schon ganz krank, fühle ich mich schon. Da ist noch ein bisschen ein Glas, das kommt weg. Ja, und dann bis zum nächsten Mal reingehauen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.